Und darum ist, glaube ich, der Pazifismus auch widerlegt. Er ist als ich respektiere ihn, als individuelle moralische Haltung, aber als politische, als Politik... Affektierter Affe fragt aber Putin, Russland hat folgende Friedensbedingungen jetzt formuliert, also 2022 sah es noch anders aus, da kommen wir, glaube ich, gleich zu, hat folgende Friedensbedingungen jetzt formuliert. Neutralität, Demilitarisierung, Entnazifizierung und Anerkennung der territorialen Realität. Also 2022 hätten nur die besten drei Bedingungen, also Neutralität, Entnazifizierung, Demilitarisierung gereicht. Das ist, wie gesagt, die russische Haltung, die hat sich verschärft. Die hat sich dadurch verschärft, dass der Krieg immer weitergegangen ist. Halte ich ihn für widerlegt. Und diese Debatte muss man dann in der Ukraine führen. Was wäre passiert, also Michael Jordan schreibt es gerade im Chat, was wäre passiert, wenn Länder in Lateinamerika oder, ja, wenn Länder in Amerika im Bündnis mit der Sowjetunion gesucht hätten. Ja, die USA hätten alles versucht, um die sowjetischen Atomraketen aus diesen Ländern herauszubekommen. Sie hätten dort es mit Putsch versucht, sie hätten dort Terroranschläge gemacht, sie hätten dort Militärinvasionen gestartet. Und wenn schließlich sowjetische Atomwaffen dort gestanden hätten, dann hätten die USA eine Blockade über dieses Land verhängt und mit Atomkrieg gedroht, solange wie diese Waffen dort nicht abgezogen sind. Woher wissen wir das alles? Einer schreibt es schon im Chat genau. Weil genau das in Kuba gemacht wurde. Die USA haben da, ja, im Wirtschaftskrieg ziemlich schnell nach Fidel Castros Untergreifung gegen Kuba begonnen. Dann hat sich Kuba immer enger mit der Sowjetunion verbündet. Die USA sind immer aggressiver geworden. Sie haben Terroranschläge gegen die kubanische Regierung vorbereitet. Sie haben, also es gab wirklich schlimme Operationen in Operation Northwoods. Da hatte man beispielsweise intern geplant, ein Flugzeug zu entführen, ein amerikanisches Flugzeug, das dann abzuschießen und den Code von all diesen Zivilisten, dann Kuba in die Schuhe zu schieben. Das hat man dann auf Intervention von Kennedy nicht durchgeführt. Aber das war die Planung innerhalb der amerikanischen Administration. Was man dann gemacht hat, war, dass man Exilkubaner mit Waffen und Geld und Materialien versorgt hat, sie nach Kuba geschifft hat, damit sie dort halt ein Regime-Change machen, die Invasion in der Schweinebucht. Das hat zum Glück nicht funktioniert. Und ja, nach der Invasion in der Schweinebucht hat sich Kuba halt aus Selbstschutz dazu entschieden, sowjetische Atomwaffen bei sich aufzustellen. Und ja, das hat dann eben zur Kuba-Krise geführt. Die USA haben dann über Kuba eine Blockade verhängt und gesagt, also wirklich, sie sind mit ihrer Marine dahin gefahren und haben gesagt, so entweder die Sowjetunion zieht jetzt ab oder wir greifen Kuba an. Und die Sowjetunion hätte dann ihrerseits die USA angegriffen. Also dann hätten wir den Dritten Weltkrieg gehabt. Das war das Verhalten der USA, als ein Land in ihrer unmittelbaren Nähe in dem sowjetischen Marktbereich übergetreten ist. Und ich glaube, keiner hat das Recht, wenn Krankenhäuser und Kinderkliniken bombardiert werden, wenn ein Land überfallen wird, dieses Land nicht zu verteidigen. Also so ziemlich, was der Westen in Afghanistan gemacht hat, so klingt das gerade. Wenn Krankenhäuser bombardiert werden, wie beispielsweise 2015 das Ärzte-ohne-Grenzen-Krankenhaus in Kabul von den USA. Ja, also ja, das, was der Westen quasi auch andauernd macht. Als Bürger und auch als Nachbar diesem Land nicht beizustehen. Die Frage ist natürlich nur, wie wir unser Verhältnis zu den Russen jetzt gerade auch in dieser Richtung bestimmen. Herr Lafontaine, also wir haben ja gerade vorher den ukrainischen Präsidenten gehört und er hat den Deutschen vorgeworfen, dass wir in der Vergangenheit Fehler gemacht haben in Bezug auf Russland. Die kamen natürlich auch aus dieser Haltung und ich muss Ihnen den ältesten Rat der Linken vorstellen. Die Linke haben sie zwar gerade verlassen, aber es gibt doch noch wahrscheinlich eine inhaltliche, innere Verbindung. Hans Modrow hat gesagt, die Frage, wie weit der Krieg in der Ukraine nun ein Einmarsch russischer Truppen ist oder sich als ein innerer Bürgerkrieg der Kräfte in den neuen Oststaaten und faschistischen Elementen im Westen der Ukraine darstellt, steht in Raum. Ja, das ist ein unkluges Zitat nach der russischen Full-Scale-Invasion. Also Russland hat da ganz klar die Ukraine angegriffen und Russland hat da auch nicht nur in den ukrainischen Bürgerkrieg eingegriffen, der seit 2014 tobt. Und der von der ukrainischen Regierung begonnen wurde. Die Ukraine hat zuerst Gewalt gegen die Separatisten angewendet, das sollte man ganz klar sagen. Dann haben am 20. April 2014 nämlich rechtsradikale Militionäre einen Checkpoint der Donbass-Moliz überfallen. Dadurch hat dieser Krieg begonnen. Und dann wurden auch furchtbare Massaker an Zivilisten angerichtet von der ukrainischen Regierung und mit ihr verbündeten Milizen. Und Russland hat dann erst im Sommer 2014 angegriffen. Aber 2022 ist, glaube ich, relativ klar, Russland hat da die Ukraine angegriffen. Deswegen ist so eine... Und auf faschistische Elemente innerhalb der Ukraine zu verweisen, ist inhaltlich nicht falsch. Aber ist gut jetzt nicht zur Sache. Also auch ein Staat, wo Faschisten in den obersten Ringen der Politik sitzen, auch der hat ein Recht darauf, nicht angegriffen zu werden. Auch der hat ein Recht auf territoriale Integrität. Muss man so sehr die Russen lieben, dass man das so verdrehen kann? Ich meine, viel wichtiger ist die Frage, ob die deutsche Politik in den letzten Jahren falsch war. Ja, aber jetzt können Sie trotzdem nochmal auf... Ja gut, das ist auch angeblich zurückgenommen worden. Ich kenne den Sachverhalt. Ja, es ist inzwischen jetzt gestrichen, aber was man zurücknimmt... Ja, man hat hier wahrscheinlich das Zipat, wo man die Linke jetzt am meisten mit diskreditieren konnte, genommen und versucht... Also, wie gesagt, man hat aus einem wahrscheinlich sehr langen Text, sehr langen Interview einen Satz genommen, mit dem man besonders diffamatorisch arbeiten konnte. Wir kennen unsere Medien ja. Und hat man ja trotzdem mal gesagt. Ja, ich wollte ja nur sagen, ich kenne den Sachverhalt nicht. Aber eine viel wichtiger Frage ist jetzt ja, ob die deutsche... Und da möchte ich doch nochmal kurz einhacken. Das ist die perfekte Antwort. Wenn man auf irgendwelche Aussagen von mit einem verbündeten Politikern angesprochen wird, einfach sagen, ich kenne die Aussagen nicht. Also, ich kann dazu nichts sagen. Oder Sie reißen das bestimmt gerade aus dem Kontext, was ja sehr häufig tatsächlich der Fall ist. Also, gar nicht auf diese Aussagen eingehen, sondern sagen, Sie müssten mir schon den ganzen Kontext zeigen. Zu Politik in den letzten Jahren. Alles andere wäre auch strategisch unklug. Also, sonst müsste man sich ja von Leuten aus den eigenen Reihen distanzieren. Und so gibt man dem Gegner Macht über sich. Das ist strategisch absolut unklug. Was Herr Selenskyj sagt, und das muss ich ganz entschieden zurückweisen, man kann nicht nur aus seiner speziellen Sicht irgendetwas vortragen. Die deutsche Ostenentspannungspolitik hat uns sehr viel weitergebracht. Und ich bin nach wie vor überzeugt, dass wir ohne sie die deutsche Einheit niemals erreicht hätten. Und das zeigt ja auch die Kürzrichtigkeit der heutigen Politik. Alles redet jetzt über Putin. Es gab auch Gorbatschow. Erinnert sich noch jemand an ihn? Ja gut, aber wir müssen jetzt aber über Putin reden. Ja, ja, nein, nein. Das ist ja ganz wichtig. Es kann ja sein, dass morgen ein neuer Gorbatschow in Russland an die Macht kommt. Dann haben wir also dann alles gekappt, alle Verbindungen gehabt. Welch ein Unsinn. Politik muss langfristig angelegt sein. Nein, dafür werbe ich. Und letztendlich ist es so, man kann nur eben durch Verhandeln, durch Begegnung mit Menschen die Welt friedlicher machen und man muss mit den gleichen Maßstäben. Also Sie sagen, die deutsche Politik hat nicht alles falsch gemacht in der Vergangenheit? Natürlich. Also ich möchte nochmal klar sein. Die deutsche Politik war viel zu aggressiv gegenüber Russland. Das beginnt schon bei den Minsk-Abkommen 2014, als man Russland über den Tisch gezogen hat, die eigentlich nur dazu gedacht waren, die Ukraine noch weiter aufzurüsten. und in den westlichen Block zu integrieren. Die gar nicht dazu gedacht waren, zu einem dauerhaften Frieden mit Russland zu kommen.